ein moinzen und ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge geht ja meine freunde parkour maps mit mir und die blieben aussie tv und die barbie so wir dürfen hier uns ein jeep auswählen leute so und wir wetten mal 1000 auf mich das ist das gute sehr wettet immer 1000 auf sich der gewettet als sein eigenes geld auf sich selber hat dadurch also null plus irgendwie irgendwie geht das nicht ich konnte meine wette nicht platzieren weiß nicht ob das die beste idee war die ich hatte auch menschlich gesehen abschauen ach du scheiße du hast du den dubstar bekommen die standard der party genau da darfst du erfahrt mal vorher alles gut alles gut alles gut das geht auch nicht das geht nicht doch auch nicht jetzt ist ende jetzt ist oberte gar jetzt kann man was hat bitte fabi sich ausgedacht ich habe gesagt wir spielen nur wartimaps ja das hätte ich auch mal lieber gemacht oh ja die klasse mit dem motorrad gefahren ja wichtig wichtig nicht wichtig ja ob ich ganz klein auf der ton der rote kommt 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 mein kleiner Alter ich habe aus dort ich habe wo hin alter es muss ich glaube ich bin Der Kopf, da muss ich jetzt wieder runterfahren. Digga, so einfach. Ich hab den Cheat rausgefunden. Ja, sag los. Das hab ich eben auch probiert. Und dann ist der irgendwo hängen geblieben und dann hing ich doch in dem ganzen Kack dran. Hä? Hä? Ich raff nicht, wohin ich muss. Wieder runter? Oder? Weiß ich nicht. Denk ich mal, oder? Das ist, wie es aussieht. Wie es aussieht, oder? Ja, unten ist der größere Punkt, der muss runter. Oh, kann man hier fliegen? Bitte! Ja, unten. Oh! Na, wie ist ein LKW jetzt? Wow, Digga! Real jetzt mal! Ja, wie wenn man mit dem LKW hochkommt, Digga. Es ist doch schon wieder over. Ja! Wir haben drei von 21! Sorry, du! Da vorne, genau so! Da vorne! Ja! Das ist so over, Junge. Das hat nichts mit fahrwärtschen Skills im Turnier. Das ist einfach nur eigentlich... Ich glaub's auch! Nö, 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 nö. Wir chillen eigentlich. Aua! Das ist mit viel Glück. Digga, ich komm nicht hoch! Ich wurde durch die Wand geklischt und bin dann wieder unten angekommen. Digga, ich komm nicht hoch! Jetzt hab ich den Anschieber bekommen! Und los! Ja, ich auch. Jetzt ist der gestreckte Karma-Schill kassiert hier, Alter. Und wieder runter. Und wieder hoch. Und wieder runter. Oh! Ah, jetzt geht's vorwärts. Nein, nein! Doch, Neto! Junge! Jetzt, aber, jetzt, aber, jetzt, aber, jetzt, aber, jetzt, aber, wird sie! Nein! Nein! Bleib drin! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Boi! Nein! Alter, Junge, was ist denn hier Phase? Nein! Was ist das für ne Map? Wer hat's hier ausgesucht? Ah, wer wohnt? Oh, ich bin! Bada bumm! Nein, also Checky ist der Einzige so scharf. Nein, ich bin auf dem Dach! Das hat nichts zu tun mit Haaren! Oh! Ja! Ich hab mich wieder gesaved, Dinger! Ach, sch... Oh, was ist denn der Mase? Ich hab mich gar nicht gesaved! Was ist das eigentlich? Hoch, hoch, hoch! Was ist das für ein Parcours, Alter? Nee! Hopp! Hopp! Komm jetzt! Schreibt mich nach Afghanistan, bitte! Ich weiß es, ich bin jetzt mal no joke! Komm, 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 und jetzt hier! Schelle, 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 Schelle! Öpa! Oh, man ist so real, Alter! Oh, ich hab Osi überholt! Jippie! Oh, ii! Aua! Au! 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 Es ist effizient, halber in der Mitte zu bleiben, als überall anders hinzugehen. Ich hätte es nicht gedacht, um... Ja! Au! 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 Alter! Junge! Nächste Schelle, Digga! Nächste Schelle! Auf dem allerweiligen Schelle von Windräder! Nein, ich will das nicht! Ich will wieder raus! Nein, nein, nein! Nicht von Windrädern! Nicht von Windrädern! Nicht von Windrädern! Aua! Digga, was mach ich hier bloß? Ja, nein, nein! Aber die Windräder schellen, die tun weh! Digga, also... Das hat... A-pa! Opa! T-pa-ho-pa! Jopp! Ja, Digga! Nein! Also, das ist mehr eine Luck-Automatic-Map, als eine Parcours-Map. Automatik-Map! Also, really, jetzt mal so schlecht schon wieder, Digga! Boah, Junge! Tausend Jahre Blackscreen, danke für nichts! Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben! Ja, genau, Junge! Boah, ich komm nicht vom Deckhäuse mit dem komischen LKW! Bist du noch nicht oben? Na, ich bin wieder runter und bin rausgefallen komplett! Ah, Lull! Jetzt muss ich mit diesem Kack-Sportwagen runter, oder was? Alter! Er hat's geschafft, Junge, so ein Lacker, Alter! Ja, das, also, ich könnte euch jetzt das Geheimnis verraten, aber das wäre ja böse! Hey! Es gibt gar kein Geheimnis! Doch, es gibt ein Geheimnis! Ja, ja, ich glaube, ich sage, wir sollen in der Mitte bleiben! Ja, das ist am effizientesten! Ja, wow! Ja, das ist ein Geheimnis mit uns, was ich jetzt Kind! Digga, also, really, jetzt mal! Also, da muss man Glück haben, da hat nichts mit Parcours zu tun! Das hat nichts mit Skür oder sonst irgendwas zu tun! Das ist genau so, wenn du die Mega-Rampen mal auch erlickst, und du mit den... Nein, doch! Mega-Rampen schon! Ja, komm, vielleicht minimal, und... Aber, das hier, Digga, was willst du da mit Skill machen, Junge? Ich wills, also, danach habt ihr einen Rennwagen! Das ist cool, ja! Das ist absolut nicht cool! Das ist alles anders! Runter ist einfach, komm! Ah, vor! Tschüss, Junge! Du musst halt nur hier auf der linken Spur bleiben, geh doch mal gar so... Mongo da vorne, und dann geht das wohl! Okay, und jetzt, pass mal auf! Ja, guck auf der linken Spur, wenn du mal wollen! Boah! Ja! Ja, genau! Das ist eine Rennwagen, das passt zu sagen! Also... Schon wieder nicht! Nein, nein, nein! Ich will runter! Ich will hoch! Ich will runter! Mann! Also, wie ist das, Digga, JT, aber mal aufnehmen, Elga? Was ist denn die Gefahr, so? Oh, jetzt aber! Nein! Ich sag ja, also... Der Wagen ist auf gar keinen Fall einfach! Als ob, Digga... Als ob! Nein, Junge! Ich sag... Real, Digga, also... Das hat wirklich nichts, Leute, mit... Mit... Das hat nichts mit fahrerischen Können zu tun! Hey, Jackie, bei solchen Dingen gewinnst du auch sonst immer? Weil ich's können ausführen halt! Ja, nee! Ich gewinne bei, äh... Bei... Digga, Rappen! Ja, er hat auch nichts mit fahrerischen Können zu tun! Doch, das hat mir verantwortlich zu tun! Ja, bis auf das Wann ist es mitreden, ja! Oh, Junge! Ich bin wieder da, wo bin ich vorhin gewesen! Fest dich! Hau! Das ist das Einzige, was irgendwie gefährlich wird hier, Alter! Au! Alter! Hoppa! Komm jetzt! Ja, ich hab da ein bisschen Spur! Oh! Zieh dich hoch! Du... Blöder Witzkasten! Hat mir ein Witzkasten! Der ist witzlos, der LKB, Digga! Ja, der... Sportwagen hat alles was witzloser, Alter! Also, mein Motorrad geht einfach runter! Ja, also, ich bin ja fest überzeugt, dass das fast unmöglich ist! Also... Wobei, eigentlich nicht... Jetzt geht alles fast unmöglich! Das ist auch das Gefühl! Ja, jetzt, 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 du jetzt was! Es geht hoch, aber nicht runter, irgendwie! Ach, scheiße, aussteigen kann man hier nicht! Scheiße! Da ist im Kuss runtergelaufen! Alter, hier! Ja! Endlich, Junge! Jetzt wird's ganz einfach, Leute! Jo! Oh! Nein! Hast du, Oven, Drah! Alter, ich sind... Wir wissen, Jakey, Gamer, dass das... Wir wissen den safen Trick nicht, Leute! Den safen! Den ganz safen! Jakey's Trick ist jetzt, er muss links fahren! Man muss ganz links fahren! Das ist so! Und wo brauchst du der... Komm, 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 komm! Du weißt doch runter, oder nicht? Boah! Hoch will ich nicht! Hoch will ich nicht! Erster Platz! Das ist der Trick, ne? Ja! Nicht der erste Platz, ich weiß doch nicht! Jawoll! Oh! Ey, verletzt mich, hast du noch nie explodiert! Ich bin schon dreimal explodiert! Das ist nur mit mir von einem 1-Auto! Bis dahin runterzukommen, da ist kein Problem, Leute! Ich bin Multiplayer-Einladung gekommen! Ja, bekommen wir seit gestern auch ständig! Multiplayer-Einladung von Multiplayer, ja? Ja! Das ist ne, vom Bullstore-Problem. Ja, von dem oder von Multiplayer, seit gestern! Hey, Dudes! Oh, Digger! Nein! Digi, Sieg, Ma! Ich will das! Ja! Ja! Digga, hast du es gepackt, oder wie? Nein, da bin ich mal weiter unten, da war ich noch nie! Ja, genau, da unten warst du noch nicht! Jetzt bin ich wieder da oben! Bum! Ja, nein! Oh, nein! Es war doch viel, das Bremsen! Vielleicht, Leute, vielleicht hat es doch irgendwie mit Skill zu tun, aber man muss es wissen, wie das geht! Ich weiß es natürlich nicht im Moment, wenn ich es rausfinde, dann wäre es natürlich hopp! Ja, Jungs, was willst du hier an Skill herausfinden? Da gibt es nichts, was der rausfinden kann! Ach, Rudi, das ist... Du musst das timen, theoretisch, statt zwischendurch zu kommen, aber das kannst du nicht uptimen! Ja, kannst du nicht! Ja, okay, gut! Komm, JG hat mich aufs Geld! Ey! Ey! Was sollst du rüberkommen?! Nein! Ich bin drüben, da, JG! Nein, JG! Nein, JG, bis ich den schlitten Finger rübergebrustet habe! Nein, ich bin wieder zurück! Nein, ich bin wieder zurück! Ja! Also, die erste Hälfte geht ja da voll, wo du... Du kannst ja links vorbeifahren, die erste Hälfte! Ja, das hat... das... das sag ich ja! Das geht ja voll, wird... ja, aber bei der zweiten Hälfte ist es so ein bisschen anders! Ja, ich hab's weiter geschafft! Ja! Ja! Ja, soweit ging ich auch mal was ausmachen! Moin, Tophie! Moin! Hi, Tophie! Nein, nein! Nein, ich will das doch nicht! So, und jetzt muss man mit Lack da rüberkommen! Nein! Ich hab doch gesagt mit Lack! Ich hab nichts gesagt, wir können! Stopp! Ich will doch nicht weiter hoch! Ich will doch nicht weiter hoch! Hä? Das einzige, was ich gerade mache, ist hochgehen! Ich bin rausgeklitscht, JG! Und wupp! Ja, ja, das war ja schon mehrfach! Eben mit dem Motoren auch, nur deshalb hab ich's geschafft! So, vielleicht... Weil ich an der Stelle, wo wir gerade hängen, rausgeklitscht wurde und dann, ja... Vielleicht, Leute... Oh! Braucht man! Sp... Na, kommt's auch noch nicht so weit! Oh! Alter! Warte! Ist das so ne Scheiße? Ist das Possible? Danke! Servus! Du Arschloch! Digga, ist mir safe rausgefallen? Ich bin wieder dabei mit dem Driller! Ehe, warte! 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 Du er welches Wohngericht in und πά stragten anni! Ja... Hey lol... We will jetzt jetzt Checkgy bekommen das E- звон- auf die Gette... Hari Consideration und electro媽 Erdulition He... Seid ihr schon mal unten?! Ja, ich bin unten! Ich bin schon wieder aufm Weg nach oben! wie kriegst du den war right hin ja das ist jetzt ein problem das hätte ich nicht sagen dürfen also ich sag jetzt nichts mehr das hätte ich nicht sagen dürfen hast gesagt ich hab's ja auch mal weil da die topfizer sind da ist nur der rest auf der bahn wie krieg ich den war right hin das ist also das sagen wir jetzt nicht weil sie kommen wir sind ja ein weiß gott was jetzt fällt mir was gleich was raus ich krieg mir die war right hin ich krieg den nicht hin oder du musst da ganz oben du nase ja ich sag ja einfach nicht zurücksetzen den war right machst du ganz oben hast du auch schon gesagt musst du mir zuhören ja top alter hier kommst du gar nicht hoch ja nicht genug power ich krieg's ich krieg hin ja ich bin ja ganz oben ja das kann man einfach jetzt aber rechts ich dachte man kann rechts gar nicht hoch noch mal party oder wie sie bist du das machen du und wupp ja gut nicht ganz bist du schon oben da ja ja du musst die windräder nutzen sonst geht das nicht ja das ist geil du bist also sonst erstmal zum windräder hinkommen habe ich mich echt was der da macht jetzt verstehst du ja versucht da wirklich nein ausi ausi hi du bin allein ich bin gestorben ich verstehe es sicher ja auch sehr wenige ich habe schon gedacht schlechter geht es nicht ich habe schon gedacht schlechter geht es nicht ja ich weiß nicht ob muss ich gas geben bremse rückwärtsgang ganz im ernst steuern ja hier was du gerade gesteuert ja das einzige was du gerade gesteuert hast ist dass ich in dich reingeflogen bin und du deshalb weiter gekommen warst ich habe trotzdem noch weiter an ihr nicht ganz fünf teile aus und wir sind erst mal 5 von 21 aber da ist mal ganz chillig so müssen wir so viel machen nein er hat mich rausgebombst er hat mich rausgebombst ich heiße mir gerade ja ja nein nein klingt besser wie ja abschaum alter also hast du es gepackt natürlich nicht ich fliege jetzt nur nach rechts und links raus ja warte screen des todes digga ja komm schieb mich hoch schieb mich hoch schieb mich ja ja noch noch ein 3 von hinten oh ich krieg mein klatscher doppelklatscher komm aber 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 hoch gib ihm jawoll jawoll das sieht doch gut aus verdienst oh ja ne 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 so geht das nicht so schon mal gar nicht jetzt jetzt siehts gut aus jetzt Moin Ocelot! Moin! Ich glaube so weit war ich noch nie, Leute! Ja! So eine Sauerei! Komm! Zieh mich hoch! Alter! Wuppa! Oh, nochmal Sportwagen! Pferdse, geh weeg! Ja, perfekt, Alter! Der Warlord, den hab ich richtig gut gepackt, Alter! Direkt einmal wieder raus zu katapultieren aus dem Kack hier! Oh! Oh! Ich hab die Truck hier, Alter! Ey, machst du den Motorrad? Bist du denn los? Du bist so ein Pimmelgesicht! Nein, du hast jetzt n Dings, n, äh... Ach so, ja, gut, dann, ja! Ah, dieser Pimmelkopf, ne? Nur weil der da mit seinem Dreckslaster nicht hochkommt! Nein, ich hoffe! Ja! Ja! Ah, ah, ah! Boah, ja! Nigga, ich werde rauf! Schmissen, Junge, wie ne Sau, Alter! Oh, oh, ja! Nein! Endlich! Ja, ein Sau! Nein! 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 Das ist witzlos, Leute! Das ist witzlos! Ich bin hochgeschmissen! Das ist witz! Ein BUS! Ein BUS! Komm mir ja nicht mehr weiter! Ein BUS! Was ist das? Weil was? Habst du das ganz verstanden, Fabi? Ja, ein BUS! Ey, der hat einen BUS, Digga! Safe, Junge! Alter! Ich wäre verschwunden! Wie hast du es geschafft? Ach, geil! Äh, nee! Tootry! Du bewegst dich mit dem BUS irgendwie so keinen Millimeter! Oh, jetzt geht's vorwärts! Jetzt aber! Och, nee, Digga! Warum? Warum? Jetzt geht's los, hier! Toffee! Ja, aus der Bahn! Toffee! Hi! Alles gut, guck, ich bin Ehrenmann! Nein! Das Windrad! Oh, oh! Ja, das Windrad hat mich richtig gut erwischt, Alter! Bam! BUS liegt auf der Seite! War gespannt! Ja, ja! Bam! Arbeit, Digga! Und du hast zwei Teile raus, oder? Drei Teile! Äh, es wird auf jeden Fall mehr Teile, Leute! Ich bin ausgestorben! Meine lieben Freunde! Oh, richtig! Ich würde behaupten, wenn ihr diese lustige Scheiße hier sehen wollt, wo wir total die Kontrolle drüber haben, dann müsst ihr auf jeden Fall wieder einschalten! Au! Was ist denn jetzt passiert? BUS wird hier weiter rumgegeben, obwohl der kaputt ist, Alter! Alles gut! Meine lieben Freunde, ich würde sagen, wenn es euch fahren hat, das gleiche nicht vergessen! Kaputt herlassen! Und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen! Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!